Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten, wir sind hier mit dem nächsten Traum-Draft und heute sind es tatsächlich die Patriots geworden. Ich war eigentlich fest der Überzeugung, dass es diesmal tatsächlich endgültig die Giants geworden sind, aber nope, Giants-Kommentar hatte drei Likes weniger als der Patriots-Kommentar. Bisschen bitter natürlich, aber vielleicht sind es dann nächstes Mal die Giants, wer weiß, was lange wird, wird endlich gut oder was auch immer. Auf jeden Fall sind wir heute hier mit den Patriots, wird sehr interessant. Weil ich mich auch sehr zusammenreißen werden muss, so zu draften, wie ich draften will. Weil manchmal kommt man durcheinander von wegen, ah, was wird Belichick vermutlich machen? Aber nein, in der Reihe soll es ja darum gehen, was ich machen würde, deswegen let's go. Abonniert, wenn ihr neu seid, würde ich mich sehr darüber freuen. Ist nur ein Klick für euch, ist kostenlos, kein Risiko. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es einfach wieder zurücknehmen. Deswegen, warum nicht mal ausprobieren? Alright, wie immer, beziehungsweise wir gehen hier auf 7, wir gehen hier 2 runter und ich glaube, ich überlege, ob ich den einen nach links schiebe. Denn ich habe letztes Mal auch schon einen Kommentar gesehen, dass manche gesagt haben, äh, ist immer das Gleiche, wenn man immer das mit dem gleichen Board hat. Und ich glaube, ich schiebe es mal eins nach links ein bisschen weg vom PFF-Board, ein bisschen mehr hin zum Public-Board. Und, äh, den Rest lassen wir aber alles genau so, äh, Patriots. So, Antidraft. Okay, wir sind dran auf 21, 54, 85, alles relativ normal. Dann ein bisschen größere Lücke bis 127. Ähm, aber auch nicht so viele Baustellen. Ich bin ehrlich, ich werde vermutlich keinen Receiver draften, beziehungsweise nicht sehr hoch. Einfach, weil ich denke, dass Myers, Parker, Born, alle stärker sind, als sie gemacht werden. Äh, Aguilar, Harry sind auch welche mit viel Potenzial, auch wenn Harry ja scheinbar noch weg will und so weiter. Ähm, aber ne, wisst ihr was? Ich glaube, ich lasse es mit dem Wide Receiver. Äh, ich glaube, ich werde sogar relativ, relativ defensiv stark sein in dem Draft. Aber egal. Gucken wir einfach mal, was hier so geht. Let's go. Hutchinson, ich, oh, 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 warum fängt er an? Warum? 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 Ich überlege gerade, ob wir nochmal rausgehen. Weil das fängt jetzt halt schon mal an, sehr keinen Sinn zu machen. Wisst ihr was? Wir gucken mal ein bisschen weiter. Ja, okay, das macht jetzt, das macht jetzt ein bisschen mehr Sinn. Okay, der Rest, der Rest macht mehr Sinn. Alles noch nicht so hundertprozentig, aber wir probieren es mal. Ihr könnt mir gerne Feedback da lassen. Findet ihr das Board besser? Findet ihr das Board schlechter? Wer weiß. Okay. Also, schlagartig sehe ich Devontae White relativ weit oben und habe das Bedürfnis, ihn zu draften. Wir könnten uns aber auch mal die Cornerbacks angucken. Und ich sehe da, äh, Kaye Booth, wollte ich gerade sagen. Ja. Andrew Booth ist noch da. Kaye Ilum ist auch noch da. Wäre happy mit beiden. Ähm, ansonsten McCrary schreit für mich auch Patriots, wenn ich ehrlich bin. Aber ich muss ja so draften, wie ich es gerne hätte bei den Patriots. So, wir sind Patriots. Das heißt, was wir natürlich machen, auch wie gesagt, wenn es natürlich immer noch ich bin, äh, wir versuchen nach unten zu traden. Lions, warum wollt ihr nach oben? Wofür? Aber 32 ist auch beinahe ein bisschen weit. So weit will ich eigentlich nicht. Das sind 11. Was kriegen wir dafür? Ne, natürlich nicht. Den 66er dieses und einen zweiten nächstes, einen dritten nächstes. Ne. Was ist, wenn wir nur einen zweiten nächstes kriegen? Ja. Okay, wir gehen, probieren wir mal das. Wir gehen 11 runter. 11 runter ist schon echt viel, ne? Wollen wir 11 runter, wirklich? Dann hätten wir nächstes Jahr einen zusätzlichen Zweitrunden-Pick. Und einen zusätzlichen vierten. Dann hätten wir drei in der vierten nächstes Jahr. Und Lions, also die Wahrscheinlichkeit, und das ist jeweils der eigene. Die Wahrscheinlichkeit, dass die relativ hoch sein werden, ist auch hoch. Wisst ihr was? Wir machen das mal. Und ganz zur Not können wir probieren. Für wen sind die hoch? Jermaine Johnson. Okay. Let's go. Ganz zur Not können wir probieren, nochmal auf Pause zu machen. Booth. Gehen wir jetzt wieder hoch für Karrier Elim? Ne, gehen wir nicht. Okay, geht zwei vor uns. Aber das ist nicht schlimm. Denn wir gehen trotzdem auf Cornerback und wir gehen auf Roger McCrary. Ich nehme an, PFF wird mir sagen, dass es zu hoch ist. Aber, oh, warte mal, wir könnten natürlich auch... Lions schon wieder. Die wollen nochmal rein in die erste Runde. Denn das ist nämlich was, was, glaube ich, extrem Patriots schreit. Irgendein Team nochmal ans Ende der ersten Runde lassen. Fünf-Jahres-Option ist uns egal. Komm, wir lassen dann nochmal wen rein. Und sammeln dafür zusätzlich nächstes Jahr einen Drittrunden-Pick ein. Ja, nice. Gott, Alter, die Lions in dem Universum, die will ich nicht. Kenny Pickett ab für einen Quarterback. Das ergibt sogar mal Sinn. Jemand, der noch in die erste Runde reintradet für einen Quarterback. Let's go. So, wir haben McCrary. Wo ist er, 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 wo ist er. Zack, Draft. Okay, zweimal nach unten getraded. 54 ist unser Nächster. Wir könnten auf Ant gehen. Das Ding ist, drafte ich da jetzt ein Ant für mich oder drafte ich ein Ant für die Patriots? Das ist ein bisschen eine Frage. Ich muss ja trotzdem noch nach dem Scheme gehen, was die Patriots spielen. Und ich glaube, da müssen wir auch gar nicht weit gucken. weil wir Bonito ganz oben haben. Ja, nee, was anderes wird es nicht. Also wir können natürlich nochmal die anderen Sachen durchgucken. Defense Interior. Uh, nee, das ist ein bisschen hoch auf 54 vielleicht. Das ist ein bisschen hoch auf 54 vielleicht. Also er würde halt auch definitiv Endspielen bei mir. Wen haben wir da auf Linebacker noch da? Ich nehme an, wir haben Warte mal, was ist denn hier los? Chris, ah, der ist genau vor uns gegangen. Das ist natürlich wieder ein Klassiker. Chat Mumma ist noch da. Chat Mumma ist noch da. Leo Chanel ist noch da, aber ich will eigentlich eher Chat Mumma haben. Chat Mumma schreibt Patriots. Chat Mumma schreibt Patriots. Jetzt müssen wir gucken, was wir mit 85 machen. Beziehungsweise wo will ich hin? Ich will auf End. Winfrey ist okay. Winfrey kriege ich vielleicht sogar auf 85 noch. Wir warten mal bis in die niedrigen 60er. Oh, Winfrey ist weg. Nick Bonito ist weg. Ah, ich bin zu spät auf Pause gedrückt. Dreck. So, jetzt habe ich natürlich nicht mehr im Kopf, wer da alles noch da ist. Und ich finde es echt nach wie vor dumm, dass ich mir das nicht angucken kann oder dass ich zu blöd bin, mir das anzugucken. Gucken wir mal, ob wir auf 70 kommen. So, ich will 70 haben. Ich gebe 85 und ich gebe 158 und ich gebe nächstes Jahr eine 6. 41 Prozent. Ah, wir probieren es mal. Wow, wow, ich bin so ein... Das ist mir jetzt glaube ich schon dreimal passiert oder so. Okay, der hätte mir sowieso gar nicht so viel gebracht. Ey, wie kann man so blöd sein? Wie kann man so blöd sein? Offer Trade. Ich klicke immer rechts daneben auf Resume Draft, ey. Dreck. Okay, wir gehen auf 75. Wir haben das gleiche Angebot. Offer Trade. Nope, wir gehen auf 76. Gleiches Angebot. Offer Trade. Was soll denn das, Alter? 78 Prozent, die sagen, nein, die Schweine. Und das ist mir jetzt zu viel. Das will ich nicht bezahlen. So. Okay, danke schön. Nervig. Penner. Okay. Ich würde gerne in die D-Line. Und ich glaube, ich gehe jetzt einfach Best Play Available, der irgendein... Oh, Tarek Smith. Aber zu hoch, zu hoch. Der irgendwie reinpasst. Ja. Oh. Shit, jetzt kann ich den nicht mehr klicken. Moment. Let's go. Die Bama Patriots Connection ist wieder stark. Jetzt sind wir auf 127 erst dann. Ich trinke übrigens kein Holy, sondern Marte. Weil es 2.03 Uhr ist. Ich um 6 aufstehen muss. Weil wir Camp haben morgen Vormittag. Von Adler. Und dementsprechend kann ich mir jetzt keinen Holy erlauben. Weil der wirklich einfach so dumm wie es klingt und so werbemäßig wie es klingt. Der ist zu effektiv. Der würde mich jetzt zu wach machen. Dann könnte ich nicht schlafen. So, wir haben einen Linebacker gedraftet. Wir haben einen Corner gedraftet. Wir haben einen End gedraftet. Ich brauche keinen Sa... Ne, ich brauche keinen Safety dieses Jahr. Wir haben Dagger. Wir haben Jibber Peppers, den Neues. Wir haben McCordy nach wie vor. Phillips theoretisch sogar. Brauche ich einen Backup Quarterback? Na, nicht wirklich. Brauche ich eventuell einen Running Back? Und sind wir da mit 127 eventuell ganz gut drin? Jerome Ford ist zum Beispiel noch da. Und Jerome Ford ist underappreciated. Let's go. Jerome Ford auf 127. Was machen wir mit 158? Und wie oft willst du jetzt eigentlich noch hier Jerome Ford draften? Was ist denn hier los? Hat sich PFF jetzt aufgehängt? Das wäre natürlich ein bisschen doof fürs Video. Jungs, wollen wir vielleicht? Oder wie sieht es aus? Boah. Das wäre jetzt halt das, was ich am allerwenigsten gebrauchen könnte. Oh, ich kann den ganzen Quatsch nicht nochmal genauso machen. Weil dann müsste ich das Video fertig machen. Müsste ich mir das parallel nochmal angucken. Och ne. Jungs. Warum? Ich weiß ehrlich nicht, was ich machen soll. Weil ich kann es nicht neu machen. Und wenn ich es hierbei belasse, dann kriegen wir keine Noten. Was eigentlich nicht so schlimm ist, dann sage ich euch vermutlich einfach, was ich mit 158, 200 und 210 gemacht hätte. Aber es ist doof fürs Video. Das tut mir ein bisschen leid, gerade für die Patriots-Fans, die das gucken. Aber Patriots sind erfolgsverwöhnt. Und das ist nicht mein Fehler, das ist PFF-Fehler. Deswegen lassen wir das mal so. Okay. 158 ist das nächste, was wir gehabt hätten. Mit 158 wäre ich ziemlich sicher auf O-Line gegangen und hätte den besten noch verfügbaren Guard genommen, der da ist. Oder Tackle, der links spielen kann. So. 200. Klingt langweilig, aber vermutlich nochmal das Gleiche. Wenn ich auf 158 einen Tackle gekriegt hätte, hätte ich auf 200 vermutlich einen Guard genommen. Oder andersrum. Es sei denn, da wäre zum Beispiel der beste verfügbare Tackle, obwohl ich auf 158 einen Tackle genommen habe, wäre auf 200 viel, viel besser gewesen als der beste verfügbare Guard. Dann hätte ich vielleicht auch zweimal Tackle genommen oder zweimal Guard. Also so wichtig ist es mir nicht. Und mit 210, was hätte ich mit 210 gemacht? Mit 210 wäre ich vermutlich einfach Best Player Available gegangen. Komplett abgesehen von der Position her. Hätte einfach den meiner Meinung nach besten Spieler auf dem Board noch genommen. Ist jetzt wirklich, wie gesagt, ein bisschen dumm. Tut mir sehr leid. Aber ich glaube, der Draft ist ganz gut gelaufen. Wir haben einen Starting Corner, würde ich sagen, direkt. Wir haben einen Starting Linebacker direkt. Und wir haben einen Rotational Lineman und einen Rotational Running Back. Dazu wären dann noch zwei Backup O-Liner gekommen und irgendwer, der vermutlich auch höchstens Special Teams spielt oder so. Sorry, aber ich kann hier nichts dran ändern. My bad. Nicht my bad. PFF bad. Ey, ihr wisst, was ich meine. Es tut mir leid. Alles klar, das war es mit dem Video. Ein bisschen Fail vom Programm her, aber so war es halt. Ihr könnt mir gerne wissen lassen. Mir wissen lassen? Ihr könnt mich gerne wissen lassen. Oder mir da lassen. Ob ihr das Board jetzt besser fandet oder das, was wir vorher hatten, also mit dem Einweiter zu PFF geslidet. Oder ob ihr sagt, das macht voll keinen Unterschied. Mach, wie du willst. Dann lassen wir es vermutlich bei default. Ja, ansonsten. Natürlich könnt ihr mir gerne Feedback zum Draft da lassen. Schreibt mir auch wieder in die Kommentare, welches Team ich nächstes Mal machen soll. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, wie vorhin erwähnt, dann abonniert einfach, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.